Euch geht es bestimmt genauso wie mir. Die Melonenpflanze, die wächst einfach nicht. Ja, woran liegt das aktuell? Man muss einfach sagen, es sind die Temperaturen. Es ist nachts noch sehr viel zu kalt. Unter 15 Grad wird es hier für die Melonenpflanze schon kritisch. Da wächst sie gar nicht mehr. Er kriegt sogar vielleicht eine Art Kälteschock und stellt das Wachstum erst mal ein. Wird teilweise 8, 10 oder 12 Grad nur nachts. Auch tagsüber waren die Temperaturen recht kalt, mal so 16 Grad, mal auch nur 15 Grad. Jetzt wird es wieder ein bisschen wärmer und da wird natürlich auch Wachstum stattfinden an der Wassermelonenpflanze. Um das so ein bisschen zu beschleunigen, kann man auch mal gucken, wenn die hier nämlich schon irgendwelche Blüten bildet. Ja, es sind männliche Blüten, weil für die weiblichen war es noch viel zu kalt. Dann zieht die gleich ab. Die brauchen wir noch nicht. Wenn wir keine weiblichen Blüten haben, dann sind die männlichen über. Und damit keine Energie hier in die Blütenbildung investiert wird, knipst die ab und dann legt eure Melonenpflanze auch wieder zu. Ja, ein weiterer Tipp wäre noch, das Ganze im Gewächshaus anzubauen. Auch da hat man natürlich wärmere Temperaturen. Wer seine Melonen im Gewächshaus hat, ist bestimmt schon sehr viel weiter. Und ein nächster Punkt ist auch noch, dass Schnecken auch ordentlich hier Dinge dazu beitun. Ihr seht es hier, die ist schön abgefressen. Die ist sehr viel kleiner, die Pflanze. Mittlerweile ist es besser geworden mit den Schnecken. Aber nach wie vor ist es immer noch ein Problem. Ja, so sieht es aus. Das ist der Grund, warum die Melonen nicht wachsen. Düngen sollte man natürlich auch. Nährstoff ist wichtig. Geregnet hat es ausreichend. Wasser auch. Da musst du ein bisschen drauf achten. Aber jetzt, wenn die Temperaturen hochgehen und ihr eure Melonenpflanze richtig pflegt, dann sollte sie auch so langsam anfangen zuzulegen an Wachstum und halt einfach die männlichen Blüten ausknipsen, wie ich es euch gezeigt habe.